Vor dem Wochenende kommt es nochmal darauf an, ob die Marktteilnehmer wirklich durchhalten, ob sie Lust haben auf mehr oder ob sie sagen, da geben wir dann schon mal auf. Beim DAX sieht es tatsächlich so aus, als ob er nach Erreichen dieser blauen Zone, ihr seht, das hoch, das sieht man hier kaum, ich schiebe mal diese blaue Kiste ein klein bisschen rüber, dann sieht man diesen Hochpunkt mehr. Nachdem wir quasi auf dieser Höhe angekommen sind, ein bisschen links von der Linie, gestern hatte ich euch erzählt, lieber ist es mir rechts, aber das ist in der Nähe, da kann man jetzt nicht schimpfen. Er hat alles gesehen, was er sollte. Es ist korrektiv, wenn ihr euch nicht sicher seid, fahrt ihr einfach mal mit den Fingern so ab, wenn es Überschneidungen gibt in der Richtung, ist das eher eine Korrektivbewegung. Das heißt, jetzt geht der Markt nach unten weiter und dementsprechend die Erwartungshaltung, ja wir landen wohl in der nächsten Woche, ich denke für heute ist das wohl nicht mehr angesagt, das wäre jetzt ein bisschen tragisch, aber irgendwo da unten. Das wäre gerne so eine 1 zu 1 Geschichte, also quasi die Bewegung, die wir hier haben, nochmal runter, die wäre ganz schön tief, ihr seht, die liegt dann hier unten bei 15.250 in etwa für den Index. Lieber wäre mir, geht gar nicht mehr so weit. Also irgendwo hier in dem Bereich wäre ausreichend für das große Pattern, er muss ja auch nicht 1 zu 1 lang sein. Also ich sage mal, aus dieser Geschichte, vermutlich wird das irgendwo auf so eine Kiste rauslaufen, wenn es normal verläuft. Wir wissen alle nicht, ob das der Fall ist, aber ich möchte, dass ihr nachvollziehen könnt, das wären klassische, das wären so typische Verläufe. Auch ein Rücksetzer bis dahin, er darf ja tiefer gehen als das, ist noch in Ordnung, nur unter diese Zone, da bin ich dann pingelig, das habe ich schon häufig gesagt, dann ist das bullische Bild tatsächlich auf dem Prüfstand ernsthaft gebrochen zu sein. So, also, wir müssen wohl damit rechnen. Ist das jetzt ausgemachte Sache, dann kann ich doch nochmal schnell Short gehen. Ja, spricht schon einiges dafür, allerdings wäre es nicht außergewöhnlich, wenn er auch nochmal einen Umweg macht, denn die Kiste, wir waren nur an der Unterseite dieser Kiste, das heißt, auf diesem Chart muss ich mit beiden rechnen, entweder so eine A, B, C nochmal hoch, danach runter, hätte den Vorteil, dass die gelbe Linie auch ein bisschen höher liegt. Die gelbe Linie ist so die 1 zu 1 Projektion, das ist ja kein Pflichtprogramm, aber es ist so ein bisschen eine Orientierungshilfe, wie weit so eine Bewegung eben ganz gerne noch geht. Also, das könnte sein, oder aber der direkte Weg. Können wir das vielleicht voreinschätzen? Dafür gucken wir uns mal den kleinen Chart an. Das ist jetzt quasi diese Aufwärtsbewegung im 15-Minuten-Chart. Und da sehen wir, bisher gehen noch beide Varianten. Warum? Bisher sieht es so aus, und wir wissen, dreiwellig ist gegen den Markt, das heißt, wenn er nochmal da drüber geht, dann werden wir wohl nochmal ein neues Hoch hier sehen. Vielleicht sogar mit Chance, dass es weitergeht, auch wenn das nicht mein Favorit ist, aber zumindest vorläufig nochmal hoch. Dafür müssten wir dieses Zwischenhoch toppen. Bricht er weiter nach unten, je weiter wir uns entfernen, desto weniger realistisch ist dieser Bruch und desto weniger realistisch ist dieses oder sogar direkt jetzt angesteuerte höhere Niveaus. Also, vorläufig bin ich mit der bullischen Seite nicht befreundet. Was das im kurzerfristigen Chart angeht, glaube ich, ist die Abwärtsseite vorläufig noch die relevante. Solange wir nicht 15.200, 15.100 sehen, würde ich jetzt mal sagen, sind wir aber übergeordnet immer noch auf der Möglichkeit, bullisch zu sein. Da hat sich da noch nichts dran verändert. Da gibt es noch nichts, worüber wir uns ärgern müssen. Beim Dow Jones, seit gestern nicht viel passiert. Wir haben über diesen möglichen Long-Einstieg schon gesprochen, mit dem Hinweis auf das, was wir hier gesehen haben, mit den Details, die wir hier haben, mit den Überschneidungen. Das müssen wir nicht nochmal durchgehen. Also, wir müssen damit rechnen, dass wir hier vorläufig nochmal in diese Zone hier ein bisschen tiefer eintauchen. Ich kann sie ein bisschen noch nach rechts zeichnen. Also, es geht jetzt gar nicht so sehr, dass die dann zu Ende sein muss. Aber in diesem Bereich jetzt hier, natürlich, da vorne schaffen wir es wohl nicht mehr. Aber das ist ein normaler Rücksetzer, mit dem wir rechnen müssen. Also, geht davon aus, dass auch 35.000 gar nicht so abwegig sind, dass wir die nochmal ansteuern. Dann wird es dann entschieden, ob der Markt sagt, ach komm, jetzt lass uns versuchen nach oben oder eben nicht. Chancen für die Aufwärtsbewegung sind noch da. Aktuell scheint aber niemand sich daran festhalten zu wollen. Das ist beim S&P auch nicht anders. Da gehen wir so langsam durch diese Unterstützung durch. S&P sieht ein bisschen doofer aus, weil da haben wir nicht so viele Marken in der Nähe noch rumliegen. Deshalb bin ich hier mal ein bisschen dezent unterwegs, sagt nochmal nichts. Immerhin, was noch nicht für die komplette Aufgabe der Long-Seite spricht, ist, dass wir hier doch sehr korrektiv im Moment in Trendrichtung, von da oben bis darunter, ist es eine Trendrichtung. Das heißt, dass die Abwärtsbewegung, die wir bisher haben, durchaus eine Chance hat, vorläufig mal eine Pause zu brauchen. Stichwort Ending Diagonal. Also noch sind wir in der Nähe dieser Marke, da bin ich jetzt noch nicht so ganz so kritisch. Aber je weiter wir uns davon entfernen, desto größer werden die Türen aufgemacht für diesen Rücksetzer, über den wir jetzt ganz häufig schon gesprochen haben, unter 4.300 oder im Bereich der 4.300 nochmal. Das passt ja auch noch zum Nasdaq. Der macht es wiederum ganz schön. Da haben wir nämlich noch eine Marke, nämlich diese Unterstützungszone. Die ist auch unverändert zu den letzten Tagen. Alles noch bullisch, solange wir oberhalb bleiben. Wenn wir da durchgehen, dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen, was ist der Plan. Aber solange wir irgendwo in dem Bereich bleiben, ich mache es nochmal groß, dass ihr es besser ablesen könnt. Also es sind die gleichen Zahlen, die ich euch seit Tagen vorlese hier. Also das ist nichts Neues. Das ist quasi jetzt die Oberseite erreicht. Mich würde auch 14.800, 14.700 würde mich noch nicht nervös machen. Aber darunter würde ich dann sagen, okay, schauen wir mal. Also irgendwie sowas in dieser Richtung ist alles noch in Anführungsstrichen wunschgemäß. Klingt doof jetzt. Aus bullischer Sicht kann es doch nicht toll sein, abwärts zu gehen. Naja, eine Pause ist durchaus manchmal erwünscht. Dann kann es nämlich danach steil und tapfer weitergehen. Aber die Pause muss er halt hin und wieder machen. Die könnte bald zu Ende sein. Diese Linien, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, weil viele immer sagen, du glaubst doch nicht, dass er an den Linien dreht. Das ist richtig. Ich glaube nicht, dass er an den Linien dreht. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich weiß, dass in diesem Bereich viele Marktteilnehmer drauf gucken werden, was der Kurs macht und ihre Entscheidung diesbezüglich fällen. Ich habe dazu keine Meinung, ob er da dreht. Es wären aber normale, typische Rücksetzer. Das wissen andere Marktteilnehmer auch. Und wenn die dann anfangen, in dieser Zone wieder zu kaufen und der Kurs wieder einigermaßen steil nach oben geht, ist das ein ganz hoffnungsfrohes Zeichen. Das ist ein bisschen ähnlich wie das, was wir hier hatten mit diesen blauen Zonen immer. Wenn der Kurs relativ zügig hoch geht, anschließend in diesen Bereich reinkommt, dann ist die realistische Chance, dass es zu Ende ist. Das ist kein Beweis, dass das passiert. Aber es ist eine sinnvolle Orientierungsmarke. Und weil sich alle daran orientieren, gucken wir, wenn die gehalten wird, ist es super. Wenn sie nicht gehalten wird, ist es auch gut, weil dann wissen wir, ja, okay, müssen wir uns halt umorientieren. Also, insofern haben wir da eine Menge Informationen, die wir da aus diesem Ding rauslesen können. Also, vor dem Wochenende nicht die schönsten Nachrichten, aber ehrlich gesagt auch nichts Neues jetzt gegenüber die letzten Tage. Wir hatten bei der Mehrzahl eigentlich die Abwärtsseite auf dem Kika. Es gibt hier auch im 15-Minuten-Chart noch nichts. Wir hatten beim Dow Jones so die zwischendurch, die Überlegung, vielleicht reicht es ja schon für Long, aber nachdem es gestern innerhalb der Bewegung, der Aufwärtsbewegung für diesen Trigger so doof aussah, ja, da war ja schon klar, das sieht sehr korrektiv aus. Und da müssen wir uns ernsthaft die Frage stellen, ist das das, was wir da sehen wollen, oder ist es das eben noch nicht? Also, ein bisschen abwarten ist wohl noch angesagt. Der Bullenmarkt vor dem Wochenende scheinbar abgesagt. Wenn es sich noch ergeben sollte, könnt ihr natürlich auf kleiner Zeitebene, wenn ihr Schub habt, wackelig immer da nochmal versuchen, eine Trade-Idee umzusetzen. Euch dafür alles Gute, ganz liebe Grüße bis nach dem Wochenende. Und damit die Zeit am Wochenende nicht so lang wird, werde ich in wenigen Minuten mit Dr. Jörg Rahn nochmal zusammenkommen. Wir wollen uns der BRICS-Überlegung, was passiert da, was wäre das eigentlich, wenn der Markt eine neue Währung bekommt? Also, neben dem US-Dollar, eine BRICS-Währung, hat die überhaupt eine Chance? Oder ist das eigentlich schon von vornherein klar, das kann nichts werden? Und wenn es eine Chance hat, was bedeutet das für den US-Dollar? Was bedeutet das vielleicht für den Euro und natürlich für die hiesigen Märkte? Also, schaut euch das sehr, sehr gerne an. Voraussichtlich morgen, am Samstag, müsste dieses Video zur Verfügung stehen. Ich freue mich, wenn ihr ein bisschen Spaß damit habt. Ansonsten euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.